hallo zusammen heizocke hier in diesem video zeige ich euch die quest drachen fangen leicht gemacht einzunehmen bei sturmwurfer in milva in tiefenheim an dieser stelle vor quest war die zwielichtwarte wir brauchen eine zwielichtschlinge ok schauen wir mal wo meine bekommen wie es aussieht von den mobs in diesem questgebiet kultisten wertschuppen kannst du eine dabei haben schade nicht der erste mob ich habe gehofft aber gut der zweite mob bei mir hatte der zweite mob des quest item dabei und ihr seht hier sind noch mervez solche kultisten quest ist bereit zur abgabe sehr schön ja hängen geblieben ich fasse es nicht quest ist abzugeben bei sturmwurfer in milva in tiefenheim an dieser stelle ich hoffe mein video konnte euch helfen falls ja könnt ihr gerne auch mir helfen einfach indem ihr das video positiv bewertet und oder meinen kanal abonniert dafür blende ich euch auch hier in der mitte so ein abonnierknopf ein und in den kommentaren gibt es noch den link zu meinem twitch kanal könnt ihr auch gerne vorbeischauen ich wünsche euch noch einen schönen tag und viel erfolg ciao